Montag, der 20. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr schon seht, wir machen heute das Tüchen auf. Und mit dem macht der Nidl Adventskalender, ist ja klar. Da kommt ein Löwe zum Vorschein. Beim ersten Tegut Adventskalender, kommt heute ein Stern zum Vorschein, der allerdings kurz runtergefallen ist. Ist aber auch hier zu sehen. Ja, in vier Tagen ist Heiligabend. Beim Aldi Adventskalender kommt jetzt Wasser vor. Ist etwas ungünstig gefallen. Müssen wir halt schnell weitermachen mit dem 2. Tegut Adventskalender. Kommt, weiß ich nicht, was es ist. Ich lasse es euch mal so wirken, sagt trotzdem, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. In der nächsten Mal, wir sehen uns dann gleich wieder.